In dieser Lektion schauen wir uns die Erstellung eines eigenen Intros genauer an. Ich habe hierfür auf der AV-Spur 1 ein eigenes Intro erstellt und dieses im Anschluss exportiert. Dieses Intro besteht aus ein paar Teilen. Das wäre zum einen ein Hintergrund, das wäre dann das Bild hier, welches man hier zu Beginn auch noch einzeln dastehen sieht. Dann habe ich eine Maske hinzugefügt mit dem Wort Sky. Dort dann via dem Bildmaterial eine Fast Motion Aufnahme vom Himmel eingefügt, dann eine zweite Maske darüber gelegt und das Wort City ebenso mit dem Bildmaterial ausgefüllt. Es kommt dann hier noch eine dritte Maske ins Spiel. Das wäre dann Cast und Edit. Das ist sozusagen mein Hauptzuständigkeitsbereich und deswegen habe ich mir für mich mein Intro für Sky City Cast und Edit einmal so erstellt. Und wie wir das genau gemacht haben, schauen wir uns anhand eines zweiten Beispiels an. Das wäre dann das folgende. Ich habe mir hier ein weiteres Intro erstellt, auch wieder mit diesem Hintergrundbild. Dann hier im Prinzip das gleiche nochmal, nur mit einer anderen Schriftart und mit anderen Videos. Und anhand dieses zweiten Beispiels schauen wir uns jetzt genauer an, wie das Ganze funktioniert. Sie legen auf Ihre unterste AV-Spur, das ist jetzt in meinem Fall, da ich nicht mehrere AV-Spuren benutzt habe, die AV-Spur 1. Und da legen Sie sich entweder ein Foto oder ein Video hin. Das ist im Prinzip egal. Sie können Ihr Intro natürlich entweder mit einem Foto oder mit einem Video dementsprechend gestalten oder animieren. Ich habe mir dann lediglich in diesem Beispiel zwei Masken hinzugefügt, anstatt wie hier zu sehen 3 und habe diese beiden Masken dann wieder mit dem Bildmaterial gefüllt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir beginnen einmal hier mit Doppelklick auf unser Ausgangsmaterial und dann hier unter dem Unterpunkt Farbe, das ist Ihnen vielleicht aufgefallen, als wir das gerade noch einmal genauer angeschaut haben, haben wir dann hier ein paar Werte so animiert, dass der Farbverlauf des Bildes sich im Bild ändert. Wir haben hier das Bild, wie es zu Beginn ursprünglich aussieht und je weiter wir nach hinten gehen, wenn Sie jetzt mal nur auf den Hintergrund achten, wird die Farbe dieses Bildes deutlich kontrastärmer. Das sehen Sie an diesen Werten hier. Wir haben den Kontrast hier runtergesetzt, das mit Keyframes so animiert. Sie könnten natürlich auch Loot-Profile drauflegen, das wissen Sie aber ja bereits schon aus vergangenen Lektionen. Wir möchten uns jetzt einmal anschauen, wie wir hier dieses Intro weiter aufgebaut haben. Als nächstes käme dann jetzt hier, nachdem wir das Hintergrundbild animiert haben mit der Hilfe der Keyframes, die Maskenspur 1. Wir gehen mit Doppelklick da drauf und dann habe ich mir ganz einfach, indem ich eine Form erstellt habe, hier mit dem T für Text, einfach indem ich hier das Wort Sky reingeschrieben habe, diese Maske hier erstellt und diese natürlich dann so zurechtgeschoben, dass diese genau hier in diesem Ausschnitt liegt, in dem keine Wolken zu sehen sind. Ich habe dann hier unter dem Bildmaterial die Fast-Motion-Aufnahme des Himmels darauf angewendet und dann hier, wenn wir hier das Ganze einmal etwas größer gestalten, sehen Sie jetzt, habe ich hier zwei Keyframes gesetzt und zwar bei der Deckkraft bei der Sekunde 0, den Wert der Deckkraft auf 0 und dann, wenn ich hier weiter nach vorne gehe, kurz nachdem die zweite Maskenspur, das sehen Sie hier, angefangen hat, habe ich dann die Deckkraft auf 100% hochstellen lassen. Das bedeutet, die Deckkraft wird also eingeblendet, das Wort wird dementsprechend auch in diesem Zeitpunkt eingeblendet. Und das gleiche habe ich dann, wenn wir mit Doppelklick auf die Maskenspur 2 gehen, auch noch mit dem Wort City gemacht. Ich habe allerdings das Wort City hier größer geschrieben, damit das Wort Sky hier quasi einfach so reinpasst, wie eben erwähnt und das Wort City hat hier, weil hier die Stadt zu sehen ist, deutlich mehr Platz und deswegen habe ich das auch deutlich größer angeordnet als das Wort Sky. Ich habe die Schriftart Starliner ausgewählt, da sich diese ganz gut in diesem Bild hier verhält und das ist aber natürlich ganz alleine Ihre Entscheidung, welche Schriftart, Schriftgröße, kreativen Anwendungen Sie hier vornehmen. Ich zeige Ihnen nur, wie das Gerüst funktioniert und aus was es besteht. Ich habe hier dann die Stärke des Wort City noch einmal erhöht. Das habe ich gemacht, wenn ich hier Ihnen zeige, wenn ich dann den positiven Wert hochgehe, dann sehen Sie im Vorschaufenster wird das Wort City immer dicker, so lange, bis man es eigentlich nicht mehr erkennen kann. Deswegen ist dieser Wert zu viel des Guten gewesen und da müssen Sie eben auch selbst abwägen, welchen Wert Sie als passend empfinden. Sie können anhand der Position das Wort City noch im ganzen Bild variieren, aber ich habe Ihnen ja bereits erklärt, warum ich das hier angeordnet habe. Und so ist dieses Intro zustande gekommen. Hat gar nicht so lange gedauert. Das geht im Prinzip recht fix. Sie brauchen nur Ihr Ausgangsbild oder Video und dann ganz einfach, indem Sie hier die Maskenspuren hinzufügen, können Sie sich hier ohne größere Probleme Ihr eigenes Intro erstellen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen deutlich erklären, dass das Erstellen eines Intros im Prinzip ohne jegliche Probleme vonstatten geht und Sie Ihren eigenen kreativen Fluss so dementsprechend mit einbringen können, dass Ihr Intro auf Ihre individuellen Bedürfnisse perfekt zugeschnitten ist. Hä썹 nicht so viel taking place, dass Ihr wohl scheuen, dass Sie dann die Suchmaschine aus Tompa kommen auf den Film gestern. Vielen Dank.